Wir gehen heute einen Roller kaufen oder beziehungsweise anschauen, von Marco. War das schon immer so? Das war eine Fußraste. Hä? Jungs, wir sind massig falsch. 1,5 Kilometer. Lacht auf und links und der fährt einfach rechts. 1,5 Kilometer noch. Moin. 2,5 Kilometer. Mahlzeit. Mahlzeit. Wir haben geschrieben. Wir haben geschrieben. So. Hi. Hi. Schick. Ich bin auf der Simme. Junge, mach das Bock, Alter. Im Sonnenuntergang. Digger, Bock das Junge. Junge, das ist der zweite. Digger. 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 Mit dem Schworaus поскольку macht das aber mehr Bock. Boah, Junge, Alter. Das ist geil. Der Junge mit der Simme hat sich gepackt. Junge, Alter. Ich weiß, es wird heute ein ganz kurzes Video nur. Kleine Abendrunde mit der Simme. Aber, äh, ja, aber heute ist nicht viel Spannendes passiert. Oh, alter Schwede, Junge. Oh, oh. Oh, oh. Die ist ein bisschen lauter. Was? Nein, die ist lauter jetzt. Der ist voll laut. Ja, die ist wieder los. Boah, Junge, die ist voll laut. Der ist wieder los. Kuckt es euch an. Das? Nee, hier. Nein, da hinten. Der ist rausgerutscht. Ich weiß nicht. Ach so. Finde mal rein. Ey, ich hab immer einen Ratschelkasten mit, sonst. Kein Ständer. Doch, ist ein bisschen versteckt. Gott. Mach. Ach, ehrlich, wieder ein Sportauspuff dran. Ich guck mal, hab ich irgendwas. Ich hab einen 10er Schlüssel bei. Ich hab einen 10er Schlüssel bei. Ich muss den Auspuff jetzt irgendwie gegenhalten. Geil. Ich halt den Auspuff so fest. Ich seh nicht, was mit der Luftfeuchtigkeit heute nicht in Ordnung. Ah, Vögel. Oh, mein Gott, Junge. Wieder hier durch die scheiß Pampa, ja. Ach, LeISE. Ach, 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 ach. ... ... ... ... ... ... Was war das hier? Ja, ne. Klapp spürt. Katze. Bei der Ausfahrt oder fährst du hinter mir mit durch die Wotterscheiße? Ne, da fahr ich nicht nochmal durch. Ja, da fahr ich nicht mehr. Ich reite in den Sonnenuntergang. Der Eierautomat. Boah. Dann zeig ich mal her, was gebe ich denn hier? Erdbeeren, Kartoffeln. Was ist das? Oha. Rhabarbersaft. Warte mal. Was ist das denn? Johannesbär. Alter, ich glaube ich probiere das. Das sieht ganz nice aus. Der Eierautomat, Junge, der sich auf dem Land gibt. Unglaublich. 1,50. Erdnusskaramellstangen, süß. Kommt süß. Okay, warte. 1,50. Soll ich dann die Zahl eingeben, oder wie? 50. Die 2. Der wirft ihr jetzt aber nicht raus, oder? Aber Schieber. Leul, Digga. Zu. Achso. Schieber schließen. Krass, Junge. Ich kack ab, Junge, wie geil. Und es ist auch noch Polizei. Nee, gar nicht gut, Digga. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Hallo. Die holen sich auch was beim Eierautomat. Die holen sich. Junge, ich dachte ich werde jetzt hier gefickt, Digga. Die holen sich einfach was beim Eierautomaten.